Das vollautomatische Beladesystem Hof Sirius geht in den Bereich der B&Entladung von Gefriertockungsanlagen ganz neue Wege. Durch die Robotertechnik und das XTS-System sind wir komplett flexibel in der Applikation, können den Glas-zu-Glas-Kontakt reduzieren und sind in der Lage, den Footprint des kompletten Systems zu reduzieren. Wir haben das XTS im Hygienic-Design von Beckhoff verbaut. Vorteil ist, es ist komplett in Edelstahl ausgeführt. Es ist abgedichtet, sodass wir es im Isolator sauber einsetzen können. Wir erfüllen alle pharmazeutischen Standards und können es einem automatischen WIP, aber auch einer Wasserstoffperoxid-Dekontamination unterziehen. Das ist unser erstes Projekt mit der Firma Beckhoff und ich muss sagen, die Betreuung vom Start des Projektes bis jetzt zur fertigen Maschine war hervorragend. Wir haben am Anfang ein Meeting gemacht, wo wir die Machbarkeit geprüft haben und haben bis zum Ende jederzeit Support gekriegt. Mehr oder weniger 24 Stunden. Sobald wir angerufen haben, haben wir eine Lösung bekommen.